Ahoi Kreuzfahrtfreunde, seid gegrüßt zu einem neuen Recap der Insiders Vorteile, ja des legendären Reiseclubs. Die Insiders Vorteile werden einmal im Monat von der unserer lieben Tatjana organisiert, wo ein Vertreter oder Vertreterin einer Räderei kommt und die Räderei dementsprechend vorstellt, die Vorteile nützt dir ganz einfach darum. Du kannst sozusagen herausfinden, jetzt wie in dieser Folge, war ja der liebe Juan Rodriguez, der Regionalleiter von der Virgin Voyages da. Auch eine Räderei, auf die du über unseren Reiseclub zugreifen kannst, zu unseren genialen Benefits natürlich, ganz klar. Die Benefits verlinke ich dir mal hier oben. Und du erfährst heute alles darum, warum kann Virgin Voyages was für dich sein? Warum ist Virgin Voyages für dich interessant? Du spielst vielleicht mit dem Gedanken mal Virgin Voyages zu testen, mal auch beispielsweise Mittelmeer eine Gruß zu machen. Dann bleib dran, denn hier erfährst du jetzt alles, bekommst du einen Rundum-Überblick über Kabinen, Routen, Essen, Shows und, und, und. Ja, dann legen wir mal gleich los. Hier haben wir jetzt ein Video angeschaut. Du siehst, mein Mauszeiger wird hier zur Hand und wenn ich da draufklicke, startet ein Video. Das Video schaue ich jetzt nicht an. Das Video können alle Mitglieder im Backoffice in der Aufzeichnung anschauen. Oder du sicherst dir unten in der Videobeschreibung, kannst du dir den Gastzugang sichern. Wenn du dir den gesichert hast, dann schicke ich dir eine kleine, kleine Begrüßungs-Mail, wo du dann den Zugang zu den Folien bekommen kannst. Und wenn du dann da draufklickst bei Interesse, kannst du dir das Video sozusagen starten und anschauen. Das by the way. Ja, er hat es gesagt, das Ganze ist ja entstanden von dem lieben Sir Richard Branson, der diese Räderei gegründet hat. Er hatte ja die Idee in den Zwanzigern sozusagen erst ein Schiff für 30-Jährige zu konzipieren, eine Räderei. Letztendlich wurde es dann eine Erwachsenen-Räderei für alle, die im Herzen jung geblieben sind. Ja, ab sozusagen, ab 18 ist die Räderei. Darüber hinaus hat ja die Virgin Voyagers ja schon wieder einige Preise erhalten, unter anderem, du siehst es ja hier, den World's Best Travel Lagers Award, was sie hier bekommen haben. Auch interessant, da sieht man halt mal, was hier dementsprechend an, ja, einfach aufgefahren wird. Um das zu veranschaulichen, gab es natürlich auch hier wieder ein lustiges Video, wo es darum ging, was die Räderei dementsprechend im Erwachsenensegment ab 18 plus einfach zu bieten hat. Ja, nun zu den Gründen zum Segeln, warum Virgin Voyagers. Ganz klar, wir haben es schon angesprochen, exklusive Erwachsene ab 18 plus Kreuzfahrten, eben, ja, einfach legeren Outfit. Du hast sozusagen ein Boutique Hotel auf See. Hier hast du nochmal ein durchdachtes Design mit Boutique Glamour. Du siehst es ja hier in den Bildern, einfach die Kombination aus Luxus einer Yacht und, ja, einer vielfältigen Möglichkeit eines größeren Schiffes in dieser Umgebung, was halt zu persönlichen Erfahrungen auf mehr anregen kann und hier dann dementsprechend den Mittelpunkt steht. Entspannung kommt natürlich auch nicht zu kurz. Du hast die Möglichkeit, hier Luxusentspannung zu genießen. Ganz klar, in einem vergangenen Recap habe ich da ja genauer mal darüber berichtet. Nachhaltigkeit ist natürlich auch sehr wichtig und hier auch ein Aspekt. Er hat es angesprochen, was ich hochinteressant fand. Auf den Schiffen der Virgin Voyage gibt es sozusagen kein Buffet, um einfach die Umwelt zu schonen. Dafür aber eine Vielzahl an Restaurants finde ich persönlich auch sehr cool, weil ich persönlich bin jetzt nicht so der Buffet-Fan. Ich gehe lieber so in aller Katz-Restaurants. Ja, Always Included Luxury. Er hat es ja gesagt, hier siehst du es auch nochmal, 20 Essensmöglichkeiten plus die Trinkgelder sind inklusive. Wifi ist inklusive. Also du hast sozusagen, Virgin Voyagers versteht das alles. Ja, wie hat er gesagt, Grundrecht, dass jeder den Zugang auf Wifi hat. Group Fitness, grundsätzliche Getränke sind inklusive Shows natürlich auch. Da ist einiges geboten. Ja, die Kunden, wie gesagt, nochmal einen kleinen Umriss. Der Kleidungsstil ist lässig, leger, wie gesagt, ausschließlich Erwachsene. Die Zielgruppe ist 30 bis 60, im Durchschnittsalter 47. Grundsätzlich für alle, die jung geblieben sind, aufgeschlossen, kultivierte Reisende, die lässig, luxuriösen Service mit Persönlichkeit lieben. Er hat es aber gesagt, heißt natürlich, jeder ist jung geblieben. Das Alter ist nur eine Zahl. Hier hat er ein Video gezeigt von einer der ältesten Kreuzfahrerinnen der Räderei. War richtig lustig. Ja, und dann kam es auch schon zu den Bar-Tabs. Warum sich das lohnt? In diesem Sinne, ich trinke mal kurz einen Schluck Kaffee. Hier siehst du schon einige Getränke-Optionen. Die Bar-Tabs, das heißt halt einfach die Geschichte. Er hat es gesagt, du kannst hier dementsprechend, tut Virgin beispielsweise immer noch etwas dazu geben. Diese Bar-Tabs sind sozusagen für Premium-Drinks. Heißt beispielsweise, wenn du einen 200-Dollar-Bar-Tab nimmst, bekommst du plus 25-Dollar-Extra dazu. Geht bis hin zu, wenn du 1000-Dollar-Bar-Tab nimmst, bekommst du on top von der Räderei 250-Dollar extra an Bar-Tab mit dazu für Premium-Drinks. Und das Coole ist, wie gesagt, er hat sogar gesagt, diese Bar-Tabs kannst du mit Gästen teilen, könnt ihr teilen. Also es braucht noch nicht einmal jede Person ein Bar-Tab, was ich bemerkenswert finde. Ja, hier Gründe, das Glas zu heben. Gibt es natürlich eine Vielzahl an Möglichkeiten. Erlesene Auswahl an Bieren beispielsweise, aber auch an Cocktails. Cocktails, die inklusive Trinkgelder sind um die 9 Dollar. Da haben wir beispielsweise Weine im Ausschank. 42% der Weine im Glas sind unter 10 Dollar, inklusive Trinkgeld. Und das lässt sich doch wirklich, das Getränkeprogramm lässt sich doch wirklich als human widerspiegeln, wie ich finde. Ja, hier die Schiffe. Die Scarlet Lady mit Heimathafen in Barcelona, 2,24, hier hast du noch mal die Violent Lady, 5,2,25 und 26 Karibikreisen. Die Resilient Lady, östliche Karibik, 2,24, Heimathafen in Piraeus, Athen. Und die Brilliant Lady, auch spannende Geschichte in Miami, Seattle, 2,25 oder auch Alaska, 2,26. Du siehst, du hast hier wirklich mal spannende Details zu den Kabinen, zu 2700 Sailors Friends beispielsweise mit einem Crew-Verhältnis hier. Ist wirklich eine tolle Geschichte. So, genau, hier geht es weiter. Die Brilliant Lady. Was merkst du dir als Termine? Er hat es ja mitgebracht. Hier kannst du es dir durchlesen. New York, 2,25 beispielsweise. Miami beispielsweise ab Oktober, 2,25, 17. Oktober. Aber auch Los Angeles, 2026 oder Seattle, 2026. Du siehst, da ist einiges dementsprechend geboten. Wie das dann on detail aussieht, der hat hier natürlich einiges zu den Routen gesagt, zum Routing. Ich kann mir leider nicht immer alles merken, weil das ist echt ein wahnsinniger Informationsfluss, den du hier geboten bekommst. Deswegen empfehle ich immer, sei bei der Live-Präsentation dementsprechend mit dabei. Wird natürlich auch in Synchron ins Deutsche übersetzt. Ganz klar. Du lernst hier einfach viel. Hier beispielsweise hast du das Routing One-Way-San-Johan. Beispielsweise auch interessant. Sechs Nächte mit der Resistant Lady. Aber auch die Pre-Holiday-Karibien-Refresh. Auch acht Nächte. Hier mit dem Routing auch sehr interessant, was für dich eine Option sein kann. Dann die Resilient-Karibic-Holidays. Auch hier, wie gesagt, ein spannendes Routing. Sieben Nights mit der Resilient Lady. Auch hier hast du da eine interessante Destinationen mit Late-Night-Stop einbehalten. Resilient Lady, New Year's Ahoy, auch eine Geschichte. Wenn du sagst, okay, über Silvester 2.24 bis 2.25 ist ja solche Silvester-Gruise sind ja auch natürlich immer wieder angesagt. Ganz klar. Finde ich jetzt persönlich auch hochinteressant. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Und die idyllic Karibien-Icelands in Kolumbien. Elfen Nächte. Ja, wow. Das ist natürlich auch ein Highlight, wie ich finde. Vom Routing hier, wie du sehen kannst. Wow, diese tollen Häuser ist ja genial. Und hier hast du sozusagen den Überblick. Ja, die, das Routing sozusagen. Ja, was auch toll ist, eine Transatlantik-Geschichte. San Juan nach spanischen Inseln. 14 Nächte. Auch eine tolle Geschichte. Also, auch da ist, auch das ist jetzt mit der Virgin Voyage möglich. Die Violent New Year's Ahoi. Sieben Nächte. Auch eine tolle Geschichte, wie du hier sehen kannst. Ich tue es jetzt hier immer mal in der Schnelle kurz anreißen, weil wir haben insgesamt 66 Folien. Das Ganze springt sonst, springt sonst das Video. Aber du kannst hier ja auf Pause klicken und hast dementsprechend immer dann die Infos für dich. Violent Caribbean Holidays 2025. Sieben Nächte mit der Violent Lady. Hier hast du das Routing. Wunderschönes Routing. Hier die Destinationen. Und aber auch diese Marvelous Voyages, was kommen, was ich, was ich sehr, sehr toll finde. Hier hat sich ja die Virgin tolle Geschichten eingefallen lassen mit dieser, mit diesen, wenn ich es richtig verstanden habe, so einen Finsternis-Faden, wo du hier beispielsweise, sei es jetzt Europa, sei es jetzt Nordamerika, sei es jetzt British Islands, beispielsweise da drauf fahren kannst. Ist ein tolles, ja, Erlebnis, wie ich finde, was auf jeden Fall auf die Bucketliste gehört. Hier auch nochmal ein Einblick in dieses Marvel Voyage. Also das ist wirklich eine tolle Geschichte. Um sich das genauer nochmal vorstellen zu können, gab es auch natürlich nochmal ein Video. Er hat es auch gesagt, beispielsweise Pflichtstopp in Miami bei dieser Insel natürlich, die wir ja schon auch in einem vergangenen Recap vorgestellt haben. Richtig cool. Ja, und natürlich European Voyages sind ja auch noch einige Destinationen mit dabei. Du siehst, auch für alle, die mal Virgin Voyages testen möchten, können das auch mal bei Europa ganz, ganz unverbindlich mal für sich testen und gucken, ob sie eventuell auch in naher Zukunft Virgin Voyages Fans werden. Ja, jetzt kommt es zu den Kabinen. 86% mehr Terrasse haben die bis in die Kabinen 93% mehr Blick. Wie das im Detail aussieht, hier die schlauen Kabinen. Ja, was heißt das schlaue Kabinen? Er hat es gesagt, du kannst die Kabinen über das sozusagen Tablet steuern, kannst die Lichtverhältnisse einstellen, die Stimmungen, kannst die Jalousien bedienen, also da ist da einiges geboten. Hast natürlich auch, was extrem genial ist, diese Solo Insider Kabinen, gerade für alle, die sagen, okay, sie sind alleine unterwegs, wird ja doch immer spannend oder als Single unterwegs, hast du hier dann dementsprechend auch die Chance eine Solo Insider Kabine zu buchen, was ich sehr bemerkenswert finde und das noch nicht einmal so hochpreisig und jetzt kommt es mit hinzu, weil viele als immer sagen, als kleiner Tipp, ja, wie kann ich günstig Solo fahren? Ganz klar, natürlich gekoppelt mit den Benefits unseres Reiseclubs, hast du hier natürlich die Möglichkeit Steig reduziert als Solo Reisender zu fahren, um das besser für dich zu verstehen, tue ich dir mal hier das Infovideo des Reiseclubs verlinken, dann macht das bei dir, denke ich, auch Klick und für Rückfragen stehe ich natürlich auch gerne zur Verfügung. Solo Seafew Kabine, genau das gleiche für Solo Traveller, sehr interessant auch, du siehst das hier, schön gemacht und was ich auch sehr bemerkenswert fand, wie Solo die Social Insider Kabine für vier Personen, wenn du beispielsweise mit deiner Mädels Gruppe unterwegs bist oder aber auch mit deiner Männer Gruppe oder wie auch immer oder aber auch ich hatte es letzt erst davon hatte ich es mal in einem Video zusammengefasst, weil die Frage kam, ja, wie kann ich wie kann ich wie kann ich günstiger beispielsweise reisen, wenn ich alleine bin, eine weitere Möglichkeit ist natürlich dieses Social Insider Option hier, dementsprechend, wo du dich einfach mit ja, mehreren Leuten sozusagen die Kabine teilen kannst. Nun, du siehst, das ist auch eine tolle Gelegenheit hier, für ein bis vier Personen beispielsweise, wirklich eine super Geschichte. Dann natürlich auch die regulären Kabinen, SeaView Kabine, wo du hier beispielsweise schön deinen Kaffee schlürfen kannst, mit Ausblick. Die SeaTerrasse, auch eine tolle Kabine, du siehst das Design richtig modern und jugendlich gehalten. Die SeaTerrasse ist der eine der beliebtesten Kabinen Auktionen der Räderei. Hier kannst du dementsprechend auch die Sitzbereich Area ausklappen, was ja richtig toll ist, wie ich finde. Dann gibt es natürlich auch die legendären Rockstar Quartas, wo du Zugang zu Richards Dachterrasse hast, ja, eine Bar auf deinem Zimmer Bucher Prioritätszugang und einen Rockstar Agent, was der Rockstar Agent genau ist und alles, das haben wir ja im Detail mal in einem vergangenen Recap alles besprochen, verlinke ich dir hier oben, dann kannst du dir es nochmal anschauen, aber das ist natürlich eine legendäre Option. Ja, die Mega Rockstar Quartas, die große Suite sozusagen für zwei bis vier Personen, beinhaltet natürlich auch die ganzen Benefits des ersten Rockstar Quartas, zuzüglich täglicher Spa-Zugang, Transfer oder kostenloses Parken beispielsweise in Miami, unter anderem Mega Rockstar Agent, unbegrenzte Bar auf Zimmer, Premium, WLAN in der Karibik und 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 da ist eine Vielzahl mit dabei. Gibt natürlich jetzt aber auch spannende episch kulinarischen Erlebnisse von Michelin Sternenküchen kreierte Menüs in mehr als 20 Restaurants von renommierten kreierten Shows bis hin zur wunderschönen Design von früheren Stararchitekten dieses Schiffes ist ein wahres Abenteuer für sich. Heißt wir haben hier unter anderem das Gunbay ist sehr beliebt wenn du gern socializest hat der Juan gesagt ist ein Abendessen Restaurant wo du Getränke zu dir nehmen kannst Fleisch Gemüse vom Grill Service mit Brunch und à la Katz Spezialitäten und 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 ist eine nette Geschichte zum Socializen einer seiner Favoriten ganz klar dann das Razzle Dazzle was im bewusst veganen vegetarischen Stil steht wo du Frühstück und Branche und Abendessen zu dir nehmen kannst der Test Kitchen für Abendessen eine Abendessen Option beispielsweise wo du aus vorgegebenen mehrgängigen Degustationsmenüs Molegonar Gastronomie Anwesendheit von Mixologen Sommeliers exklusiven Getränke Kombinationen partizipieren kannst auch eine innovative Geschichte das Extra Virgin für Aperitivstunden oder Abendessen hier gibt es leckere Antipasta Antipasti Gerichte Aperitivs Degestive und italienische Weine und vieles mehr das im Prinzip das italienische Restaurant also auch eine tolle Geschichte hier hast du mal einige Einblicke in der Extra Virgin in diese legendären Pasta Gerichte und auch Nachtische sozusagen Pink Agave auch eine spannende Geschichte mit einem Award beispielsweise Abendessen After Hour ist sozusagen das mexikanische Restaurant gibt es tolle mexikanische Geschichten hier hast du mal einen Einblick ins Pink Agave ja da läuft dir ja das Wasser im Munde zusammen schon wieder und natürlich gibt es eine Vielzahl mehr wie das The Dog House Die Pizzeria Das Like Teil Ice Cream The Ground Club The Socialize Club Sun Club Café und 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 das alles wie gesagt ist aber nur kurz angeschnitten du siehst hier was du die jeweils für Optionen hast habe ich ja im vergangenen Recap schon alles genauer beschrieben auch legendär das Schütteln für Champagner dementsprechend die Virgin App wo du den die App schüttelst und dann dementsprechend der Champagner zu dir geordert kommt wie das genau funktioniert hat er hier in einem Video gezeigt in einem kurzen Video wenn du Champagner Liebhaber oder Liebhaberin bist dann schau dir das Video an war richtig legendär Unterhaltung steht natürlich auch an erster Stelle bei der Virgin Voyages ganz klar da haben sie natürlich epische Erlebnisse kreiert worauf du dich da auf See freuen kannst unter anderem die epische Scarlet Night was heißt das wie sieht das aus du hast zum Beispiel den Menor das ist der sehr mehrstöckige Nachtclub beispielsweise der nach dem Aufnahmestudio von Virgin Records benannt wurde es gibt aber auch das Casino zum Beispiel Pokerspielen The Red Room sozusagen das transformative Multiform Theater auf See mit einer Vielzahl an Shows aber auch der Virgin Vinyl wo du mal stöbern kannst im umfangreichen Katalog der Plattensammlung sozusagen wie Unterhaltung an Bord genau aussieht auch dazu gab es ein Video du siehst hier ist wieder meine Hand wenn dich das interessiert schau es einfach in deinem Backoffice an oder wie du auf das Video Zugriff haben kannst noch weißt du ja mittlerweile zu Genüge natürlich auch Tätowierung an Bord Karaoke an Bord hier Spielmöglichkeiten an Bord die legendäre Red Night eine Vielzahl an Partys und 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 was hier dementsprechend auf dich zukommt du hast ja im Video gesehen die Rote Nacht nochmal hier hast du mal einen kleinen Ausschnitt produziert von Randy Weiner es ist halt ein episches Erlebnis das gesamte Schiff ist sozusagen euphoriert und begeistert man zieht sich in Rot an und macht sich bereit sozusagen das ist jetzt das Pondor zur White Night könnte man sagen hier hast du die legendäre Red Night Wohlbefinden mit einem Makeover im Stil der Virgin also da hat sich einiges getan was du auf was du dich hier freuen kannst wie gesagt Tune Up sozusagen die Luxus Maniküre was du hier dir zur Gemüte führen kannst das der das Haarstyling und Barber Erlebnis hier unten das Gentleman Erlebnis dass halt die Männer auch schiffsmäßig gut aussehen ganz klar dann natürlich auch das Bau du dann drauf zugreifen kannst hier es ist wirklich einiges geboten ja Rot heißt Angebote ganz klar natürlich gab es auch wieder für den Reiseclub nochmal einen speziellen Benefit bis Ende September 2024 das 100 Dollar On-Bord die 100 Dollar On-Bord Credits für Seaterras und Rockstar Quarters gekoppelt mit den Benefits ganz klar du siehst ein absoluter No-Brainer der Sparkling Summer auch ein dementsprechendes eine dementsprechendes Angebot Aktion wie auch immer von der von der Virgin Voyagers wo du die Möglichkeit hast einen Boost mit rein zu hauen auch sehr hoch interessant wie gesagt natürlich ganz klar auch gekoppelt mit den Benefits und we change our our mind gibt es sale-free oder jung gebliebene sagen wir mal eher so sale-free was beinhaltet das fand ich auch eine tolle Geschichte hier halt hast du eine Auktion wo du 18 bis 26 Jährige die Möglichkeit haben können bei gewissen bei gewissen in gewissen Bereich also gewissen Vorgaben und Zeiträumen da sozusagen die die zweite Person frei segeln kann wenn dich das genauer interessiert übersetzt dir das einfach mit dem Google Translator oder schreib den Support an ganz klar die sagen dir da dann mehr dazu ja now we are voyage wir sehen uns an Bord im Optimalfall du hast jetzt hier mal einen schnell Überblick über die Virgin Voyage bekommen was hier alles möglich sein kann was auf dich zukommt der Juan Rodriguez hat jetzt im Nachgang noch einige Fragen beantwortet wie gesagt im Nachgang findet ja immer unsere Frage und Antwort Runde statt wo sich der Entscheidungsträger der Räderei und die Tatjana Zeit nehmen was es so legendär macht deswegen empfehle ich immer sei am besten immer live dabei und nutze das um beispielsweise Fragen zu stellen es war eine Vielzahl an Fragen dabei wie gesagt ich konnte mir nicht alles merken was ein Kernpunkt Hauptpunkt der Frage war was ich ja schon unter anderem Video angesprochen habe war diese Solo Sailors und diese Social Sailors Kabinen Option weil das halt wirklich eine bemerkenswerte Option ist wie du A als Single Reisende Single Reisender sparen kannst und B auch wenn ihr in der Gruppe unterwegs seid sparen könnt wenn dich das genauer interessiert dann schaust dir einfach nochmal in der Aufzeichnung an spul zurück zur Frage Antwort Runde da bekommst du dann die genauen Infos dazu was ich halt bemerkenswert finde jetzt noch by the way was ich dir empfehlen kann sicher dir unten in der Video den Gast Zugang unverbindlich informier dich setz dich mit dem Club auseinander lern die Vielzahl an Möglichkeiten kennen schau dir auch gerne mal eine Präsentation an ich verlinke sie dir im Nachgang um einfach dass du siehst für dich das bestmögliche herausholen kannst ja und natürlich ich spreche es zwar immer wieder an aber ich sage es für alle die neu mit dabei sind wir machen auch regelmäßig mal live Präsentationen wo du das Team die Optionen die Möglichkeiten kennenlernen kannst wenn du da mal dabei sein möchtest schreib mir einfach eine DM oder nimm Kontakt mit mir auf unten in der Videobeschreibung habe ich dir meine E-Mail Adresse hinterlegt und ansonsten ja lass mal ein dickes Like da für den Juan Rodriguez von der Würzchen und die Tatjana für diese tollen Folien und Infos abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke denn dann verpasst du keine spannenden Mehrwert und Videos mehr von mir und ansonsten wünsche ich dir und deinen Liebsten noch einen wundervollen September viele Kreuzfahrten wir sehen uns ganz bestimmt wieder online oder auf Deck euer Nico Ciao Ciao